Hallo meine Freunde, was geht ab? Hier ist alles schön, dass wir am Start und ihr seht, der neue Shop ist schon da. Ich bin etwas spät gekommen. Wie immer noch gestern noch Fortnite, Polar-Legenden-Paket noch drin, wir noch Schatten, Schatten-Feuer-Paket ist noch drin. Dolph ist drin. Ähm, ja. Ah ja. Glühwein-Agentin und Jules-Side-Ranchers wieder drinnen, die waren ja schon letztens drin. Gör-Empfänger, Knecht-Kramprecht und Krampus. Let's go, Ehren. Dann von gestern noch Zucker-Freak, Schlitten-Tour. Ähm. Muss ich das verstehen? Ich hoffe mal nicht. Winter-Verpackung. Ähm, ja. Ganz fresh, ist auch animiert. Zucker-Kling von gestern noch. Weihnachtliche Streifen. Sieht ganz gut aus, aber... Feier ich jetzt nicht so. Aus... Ausgepackt. Sieht sich ganz geil, Digga. Und noch der ganze Star-Wars-Zeug. Und das ganze Star-Wars-Zeug. Gut, dann würde ich sagen, das war's mit dem heutigen Shop-Video. Und sehen wir uns morgen zum Neuen. Haut rein.